Heute sprechen wir über die größten Fehler, die man in der Oberstufe tun kann. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Heute sprechen wir mal über die größten Fehler, die man in der Oberstufe machen kann. Und das sind einige. Fangen wir an mit meinem absoluten Favorite und zwar sich nicht bewusst zu sein, wie unglaublich süchtig machend das Handy ist. Wenn ich das jetzt so sage, ist das glaube ich jedem natürlich schon bewusst, nur im Alltag glaube ich vergessen wir es. Weil wir es vielleicht so gewohnt sind auch von unseren Freunden, dass jeder ständig am Handy ist. Wir sind es so gewohnt, dass das Handy irgendwie die ganze Zeit bei uns ist, dass wir ständig drauf gucken, dass wir überhaupt gar kein Bewusstsein mehr dafür haben, wie sehr dieses kleine oder große, je nachdem, Ding uns eigentlich unter Kontrolle hat. Und das ist extrem knifflig, weil ich sage immer, die beste Sache, die du haben kannst, um irgendwie im Leben auch konstant und schnell und effizient voranzukommen, ist Fokus. Und das Gegenteil von Fokus ist Ablenkung. Und dieses Ding hier ist ein Meisterstück der Ablenkung. Das ist das Einzige, wie diese ganzen Apps wie Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, was auch immer, ihren Wert bekommen. Dadurch, dass ihr ihnen die Aufmerksamkeit schenkt. Das müsst ihr euch mal bewusst sein. Der einzige Grund, warum Instagram so unglaublich viel Geld verdient, ist, weil sie euch konstant und konstant und konstant und konstant Werbung zeigen können. So verdient Instagram sein Geld. Und weil du die ganze Zeit drauf schaust, wieder die Storys anguckst, durch die Storys du ich swipest, dann wieder eine Ad siehst, also eine Werbung siehst, damit verdient Instagram sein Geld. Und deswegen sind diese Apps auch so unglaublich süchtig machend designt. Design, deswegen fühlt es sich so gut an, ein Like zu bekommen. Und all diese Sachen. Deswegen niemals, 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 niemals unterschätzen, was für ein Teufelsding das hier ist. Und jetzt bin ich niemand, der sagt, das Internet ist böse oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, das ist doch voll geil. Ich habe so viele schöne Dinge nur wegen dem Internet oder Handy oder YouTube usw. auch schon erleben dürfen. Und für diese ganze Kanale und alles, was ich hier mache und was wir auch gemeinsam aufgebaut haben, wäre nicht möglich ohne das Internet usw. Nur seid euch bewusst, es kann euch richtig hart zerstören. Und denkt auch nicht, oh ja, ich arbeite da schon seit ein, zwei Jahren dran, mittlerweile kann ich das ganz gut. Jetzt macht das wahrscheinlich von den Zuschauern hier niemand so lange wie ich und auch niemand so intensiv. Und trotzdem weiß ich ganz genau, wenn ich nur wieder ein paar Mal zu oft an einem Tag auf Instagram bin, es werden wieder die Rezeptoren im Gehirn angefunkt und du willst dann wieder hingreifen. Es catcht dich jedes Mal wieder. Du kannst auch nicht auf so ein Level kommen, wo dich das Handy auf einmal nicht mehr beeinflusst. Du kannst es nur antrainieren, es einfach nahezu nicht mehr in die Hand zu nehmen. Und das ist was ganz entscheidend ist. Deswegen setz dir ganz klare Zeiten, wann du dein Handy in der Oberschule verwenden möchtest oder nicht. Weil wenn du das schaffst, dann wirst du innerhalb deiner Hausaufgabenzeit die konstant und mit viel Fokus abarbeiten können und hast dann auch viel Freizeit. Ansonsten wirst du die ganzen Tage am Schreibtisch verbringen, hier so ein bisschen rumdaddeln und keine Freizeit haben, aber auch keine guten Noten schreiben. Deswegen, das ist der erste große Fehler. Der zweite große Fehler ist, alles auf der einen Seite zu ernst zu nehmen und auf der anderen Seite alles zu locker zu nehmen. Weil an einem von den beiden Extremen wirst du dich vielleicht befinden. Die einen, die alles zu ernst nehmen, die haben das Gefühl, jede einzelne Note, sei sie noch so wichtig oder unbedeutend, entscheidet komplett über ihr ganzes Leben. Das sind natürlich oft die Leute, die halt einen bestimmten Schritt haben wollen und da ist es ja auch verständlich, wenn du einfach 1-0 für Medizin brauchst und du kriegst irgendwo 8 Punkte, ist natürlich scheiß, vollkommen klar. Nur, was ihr da verstehen müsst, sich da noch mehr reinzusteigern, führt euch nirgendswo. Absolut nirgendswo. Und auf der anderen Seite, aber auch diejenigen, die sagen, oh ja, Oberstuhl für Schule ist mir alles egal oder auch, ich brauche das Abi später nicht mehr. Ich dachte zum Beispiel auch in der 11. Klasse, dass ich mein Abi später mal nicht mehr brauchen werde, weil ich will sowieso selbstständig werden und brauche nichts mehr damit zu tun haben. Und ich war auch kurz davor ja, mein Abi gar nicht mehr fertig zu machen. Ich war kurz davor in der 11. sogar aufzuhören. Nur hat mein Dad mir dann gesagt, hey, du weißt nicht, was kommt. Du weißt nicht, ob du es nicht irgendwann brauchen wirst. Und dann habe ich gedacht, okay, dann will ich es halt gut machen, habe dann schlussendlich auch mein 11.0 in den Abiturberufen geschrieben und habe dadurch einfach verstanden, wie es in der Oberstufe läuft und kann euch deswegen jetzt die ganze Zeit diese geilen Tipps mitgeben und auch das alles hier aufbauen. Wenn ich mein Abi nicht gemacht hätte, könnte ich logischerweise nicht euer Abiturcoach sein. Das heißt, denkt auch nicht, dass wenn ihr das Gefühl habt, ich bin schlauer als die Schule oder ich stehe da drüber, macht euer Abi trotzdem fertig, wenn es keine gravierenden Gründe gibt, warum ihr es nicht tun solltet. Weil das Leben kann sich so schnell drehen, gerade in den jungen Jahren, dass es immer, immer, und es geht nicht darum, dass ihr da irgendwem gerecht werden müsst oder was auch immer. Einfach nur für euch selbst ist es sehr wertvoll, ein Abi zu haben, wenn ihr, auch wenn ihr das Gefühl habt, ich will eh nicht studieren. Ihr wisst nicht, wie viele Leute ich jetzt schon auch im Coaching oder wo auch immer hatte oder betreut habe, die entweder gesagt haben, vor sechs Monaten noch, ich will unbedingt studieren und mir jetzt sagen, sie wollen auf gar keinen Fall mehr studieren und wie viele gesagt haben, sie wollen auf gar keinen Fall mehr studieren und jetzt auf einmal doch unbedingt irgendwas studieren wollen. Deswegen, du weißt einfach nicht und dabei bitte auch, egal wie sicher du dir bist. Ich weiß, manche sagen so, nee, du, ich bin mir tausendlich sicher. Ist mir vollkommen egal. Wirklich, ihr werdet mir dafür danken. Ist mir vollkommen egal, wie tausendprozentig, wenn du dir eine Trilliardenprozent sicher bist und wenn du sagst, nein, du, ich habe aber den dringlichsten Grund ever, warum ich nicht studieren würde, ist mir trotzdem egal. Oder auch wenn du sagst, ich werde garantiert studieren. Auch deswegen muss ich, das ist genau das gleiche Grund, deswegen musst du es auch nicht so überernst nehmen. Es kann sich alles drehen und wenden. Ihr wisst nie, wie das Leben verlaufen wird. Deswegen nehmt es weder zu ernst noch zu locker. Dann seid ihr meistens in einem richtig, richtig guten Mittelweg. Der dritte Fehler, den ganz, ganz viele machen, ist, sie geben Verantwortung ab. Sei es in Bezug auf ihre Noten, dass ja der Lehrer so gemein ist, dass man da gar keine guten Noten schreiben kann. Oder dass sie sich immer darauf verlassen, dass ihre Mitschüler ihnen die Hausaufgaben bringen. Oder das auch, was ich übrigens auch viel gemacht habe, was eigentlich überhaupt nicht gut war. Oder in welcher Form auch immer. Das Wichtigste, oder nicht das Wichtigste, aber eine sehr wichtige Sache, die ihr meiner Meinung nach in der Oberschufe lernen könnt, ist zu 100% Verantwortung für euch, euer Leben und eure Ergebnisse zu übernehmen. Das bedeutet, wenn du einen schwierigen Lehrer hast, dann sagst du nicht, boah, in dem Fach brauche ich gar nicht lernen, weil der Lehrer ist eh so anspruchsvoll, da kann man eh keine 15 Punkte schaffen. Sondern dann sagst du, okay, in dem Fach will ich mich besonders anstrengen, um den hohen Anforderungen dieses Lehrers gerecht zu werden. Und vielleicht trotzdem die 15 Punkte zu schaffen. Das bedeutet, übernehmt Verantwortung. Übernehmt auch Verantwortung zum Beispiel mal bei Gruppenpräsentationen, Gruppenarbeiten. Oder wenn ihr auch gemeinsam im Referat halten müsst. Anstatt immer derjenige zu sein, der sagt so, ja, lass mal die anderen machen und so weiter. Und ich gestalten dann irgendwie eine Folie aus der Präsentation, da passt schon irgendwie so. Ne, sag mal, hey, ich kümmere mich jetzt hier drum. Das ist heute meiner Meinung nach in die Gliederung. Ich sehe dich da stark, ich sehe dich da stark, ich sehe dich da stark. Lass uns das so und so aufteilen. Ist das für jeden okay? Ja, nein. Okay, du kannst das, willst das nicht machen, willst du das übernehmen? Okay, dann tauscht ihr wunderbar. Einfach mal die Verantwortung zu übernehmen. Auch in der Kommunikation mit den Lehrern. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr euch das auch irgendwie reifen lässt und wie viele Erwachsene ihr dadurch auch werdet. Indem ihr nicht zum Beispiel mal solche Moves sagt mir, mein Hund hat die Hausaufgaben gegessen. Haha, nein, war ein Joke. Ich dachte, das war auf übernächstes Mal auf und deswegen habe ich die nicht. Aber zum nächsten Mal kann ich sie auf jeden Fall nachholen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich werde sie dann selbst noch mal erinnern und ihr erinnert die Lehrerin nie wieder daran. Egal, was es ist, ja. Übernehmt auch mal Verantwortung. Sag einfach, oh ja, nee, Entschuldigung, ich wollte das gestern Abend noch machen, aber ich war einfach viel zu müde, um es zu machen. Es tut mir leid, es wird nicht mehr vorkommen. Und ich werde sie auf jeden Fall schon morgen noch irgendwie ins Fach legen lassen. Was auch immer es ist, ja, übernehmt einfach Verantwortung. Sagt die Wahrheit, ähm, macht eure Sachen selbst, all die Sachen. Sagt einfach, yo, ich will jetzt einfach die Verantwortung übernehmen. Weil es wird euch auf einmal so sehr bestärken, ihr werdet so viel mehr an euch selbst glauben und dadurch auch einfach viel mehr, viel mehr Freude auch in der Schule erleben, ja. Weil man hat oft das Gefühl, oh, wenn ich mich da irgendwie so durchmogel, dann ist das viel besser. Das wirkt aber nur im ersten Moment so. Natürlich hast du weniger Aufwand, vielleicht, ähm, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Wenn du aber weißt, hey, jede einzelne Note, die habe ich mir selbst erarbeitet. Oder auch, ich musste keinen Lehrer anlügen, ich musste mich selbst nicht bescheißen oder irgendwo abschreiben oder was auch immer. Ich habe das alles zu 100% selbst gemacht. Das fühlt sich unglaublich gut an. Der vierte Fehler, den ganz, ganz viele in der Oberstufe machen, ist zu denken, sie müssen alles selbst rausfinden. Alles selbst. Ähm, ich meine, manche Leute gehen, wenn ich das höre, dann denke ich mir, oh mein Gott. Manche Leute haben mir schon, ich habe heute, heute habe ich erst wieder eine SMS. Ja, ist ja lustig, auf welche Wege ihr mich alle erreicht. Da habe ich eine SMS von jemandem bekommen, der meinte, ähm, genau, ich wollte die Person anrufen, weil sie 2019 ihr Abitur gemacht hatte. Ähm, wie ich das gerade bei allen, die bei uns, ähm, im System ihr Abitur 2019 gemacht haben. Ähm, und ich wollte die Person anrufen, habe sie aber nicht erreicht. Und die Person hatte dann meinen Anruf gesehen, hat mir dann zurückgeschrieben. Ähm, und ich hatte sie gefragt über die, über die Mailbox, wie es, ähm, wie es bei ihr denn, oder bei ihm, ich weiß nicht mehr genau, im, im Abitur lief. Und er oder sie meinte dann, ähm, ja, dass es nicht so gut lief, ähm, dass er oder sie sich Gedanken darüber gemacht hat, ob er bei uns ins Coaching kommen soll, aber sich dann dachte, nee, ich will das irgendwie lieber auf eigene Faust schaffen. Und dann ist das Ab in die Hose gegangen. Also er hat schon bestanden, aber es war halt lange nicht so gut, wie er es sich erwünscht hätte, ähm, oder sie. Und jetzt konnte er oder sie halt nicht Medizin studieren und muss halt jetzt irgendwie ewig Wartesemester machen oder sonst was. Deswegen dieser, dieses, dieses, dieser falsche Form von Stolz, ja, das bedeutet zum Beispiel auch zu sagen, keine Ahnung, ich nehme nicht die Hilfe von Leo in den Videos oder auch in Form von dem Coaching an, weil ich will das irgendwie selbst rausfinden. Warum? Warum? Ich hätte alle Zeit, Geld, Energie, sonst irgendwas investiert, wenn mir einfach am Anfang der Oberstufe oder auch in meinem letzten Jahr einfach genau die Sachen erzählt hätte, die es darauf ankommt, ich nicht die ganze Zeit die Fehler selbst machen muss, um dann erst rauszulernen und dass ich am Ende der Oberstufe erst so schlau bin, wie ich eigentlich am Anfang schon sein sollte, ja. Ähm, das Gleiche gilt auch, wenn zum Beispiel euch Lehrer gute Tipps geben, ja. Die Lehrer haben zum Beispiel vielleicht Abi-Prüfungen schon öfter gemacht, die haben die Oberstufe schon öfter gemacht. Hört ruhig auch mal auf die, die übertreiben zwar gerne mal, wie schwer das Abi wird oder sonst irgendwas oder dass sie alle so große Lücken haben, dass es die schlimmste Klasse ist, die sie jemals hatten, aber die haben schon auch viel Ahnung, ja. Nehmt es auch mal an, das Gleiche gilt auch zum Beispiel von Mitschülern. Wenn Mitschülern euch irgendwie helfen wollen, nehmt es an, versucht die ganze Zeit immer alles selbst zu machen oder auch von euren Eltern, wenn ihr es gehört habt, boah, die haben vor 30 Jahren ihr Abi gemacht, das ist alles jetzt ganz anders oder ich bin so besonders oder was auch immer. Viele Dinge sind auch einfach gleich geblieben, ja. Und eure Eltern sagen es vielleicht manchmal auch aus eigenen Interessen, aber oft auch einfach nur, um euch zu helfen. Nehmt es an. Seid nicht so stolz und immer so, und habt auch nicht das Gefühl, es würde es irgendwie, als würde es irgendwie mehr wert sein, wenn man sich selbst mit Absicht schwer gemacht hat. Das ist übrigens auch ein Unterschied zu dem, was ich davor gesagt habe, als ich gesagt habe, wenn du wirklich weißt, du hast es selbst geschafft. Wenn du dir Hilfe von Ausnahmest, hast du es immer noch selbst geschafft. Du warst einfach klug, ja, auf Leute zuzugehen, die dem Prozess vielleicht schon gegangen sind. Das bedeutet aber nicht, dass du dann abschreibst oder sowas, ja. Nur, dass da der Unterschied klar ist. Und der letzte Punkt, den ganz, ganz viele leider falsch machen, ist, sie haben das Gefühl, dass die Lehrer ihre Feinde sind. Ich verstehe es nicht, warum. Klar, man hat vielleicht manchmal keinen Bock auf die und so weiter, aber in dem Moment, wo du anfängst, die Lehrer als deine Mentoren zu sehen, als diejenigen, die dich doch auf dem Weg zu deinem Traumabitur unterstützen, wird alles im Unterricht so viel einfacher. Deswegen, komm gerne bei uns ins Traumabitur-Coaching. Du brauchst keine Angst haben, dass du irgendwie schlechter, dümmer oder sonst irgendwas bist, nur weil du dafür Hilfe in Anspruch nimmst. Nein, meiner Meinung nach bin ich in vielen Dingen schon sehr, sehr weit und trotzdem bin ich konstant Hilfe in Anspruch. Das ist auch der Grund, warum ich so schnell wachse, ja. Dadurch, dass ich immer auf Leute zugehe, die schon da sind, wo ich hinkommen möchte. Und dadurch geht das immer schneller, 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 schneller. Viel entspannter, viel sicherer. Deswegen, komm gerne bei uns ins Coaching. Erster Link in der YouTube-Beschreibung. Ich freue mich auf euch, freue mich dabei, euch zu unterstützen und euch vor allem die Erfahrung mitzugeben, die ich wünschte, die ich schon vor vier Jahren gehabt hätte. Deswegen, denk dran. In dem Sinne, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.